Hallo meine Pokéfreunde und Pognenten zu Pokémon Blau! Ich glaube, ist das schon die 40. Folge? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, schon mal leid. Aber ich freue mich, dass ihr das Video eingeschaltet habt zu diesem Spiel. Diesem kleinen Retro-Let's Play. Und in dieser Folge werden wir hoffentlich die Silvko ein für allemal schaffen und Team Rocket für ein und allemal vernichten. Und anscheinend haben wir die Tasche. Ja, anscheinend haben wir sie auch durch. Das heißt, wir können weiter. Den haben wir auch schon durch. What? Ja, anscheinend haben wir schon alles durch. Wegen dem Portal bin ich hierhin gekommen. Kann ich noch irgendwelche Abkürzungen? Oh. Hier ist noch ein Geheimraum. Willkommen im neunten Stock. Es ist nett, dass du mal vorbeischaust. Gerne doch! Ich wollte mir eigentlich schon die Items klauen, die ihr geklaut habt. Die gleich zurück, weißt du? Aber ich gebe sie niemandem. Ein Maschok raubt da raus. Ach komm, ich fick den weg. Der hat doch keine Chance, man. Ich glaube, der echte kommt in den Maschok mich stoppen mit einem Level 40er. Turutok hier. Tut mir leid, mein Freund. Wann muss ich dich entscheuchen? Das kannst du nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht schockt. Warum nicht? Komm schon. Geh einfach weg. Tschüss. Bye, bye. Boi. Ich bin geschockt. Dass du es so schlecht machst oder was? Was haben wir hier? Hier gibt es nur so scheiße. so dummen Items die niemand haben will. Ahhh, whuu000, lalalalala, pipp ... hmmm hmmm ein sonderbonbon uh 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 und kein platz gut sonderbonbon wer bett wir haben einen sonderbonbon wir haben einen sonderbonbon ich frag mich wer es bekommt tabos du 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 ist ja in dem niedrigsten level eine tm war ja natürlich klar ok bitte täuscht mir nicht uh 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 er hat beben boi er hat beben wenn er sich was geiles erstmal sehen warte ich würde gern auch sei leise so ich will mal kurz gucken was wir noch mal mit satz war satze das erste mal oder ich glaube nicht aber zumindest hat's mir geholfen das ist doch cool der zehnte stock wir sind ganz oben angekommen oh hi bist du der vierte bruder stopp hast du einen termin der boss brauche ich nicht ich bin der termin ich bin der boss das ist wo sein leib gerade mit einem rat franz sowohl witz oder rad franz da kommt der da tauchte da tauchte auch mit einem rat franz junge wir sind hier da sind wir schon bald fertig mit dem spiel du kommst noch mit einem rat franz ich glaube ich glaube ich wie ich habe das noch einen platz in der baumschule da kannst du mal rein bodyslam zerquetscht das kleine ding was kommt jetzt rat franz noch mal ach junge pokémon lame 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 da geht er da und da geht er da und da und zu das ist doch eine richtige witznummer der typ der ist eine richtige witznummer hätte der drei level 30 pokémon dann dann hättest du dann bist du was zu sagen aber so ich kann den so nicht ernst nehmen der boss alter der boss lässt nicht mal sein die pokémon von seinen mitgliedern entwickeln oder die wollen es nicht oh nein die pokémon die sind doch so cute die können wir doch nicht entwickeln lassen wir sind also nur räuber und es ist wichtig dass unsere pokémon stark werden wir hassen ja auch pokémon die dürfen uns nicht entwickeln lassen bei baum ok ich lass dich durch hab ich nicht auszurichten ja da hat er recht ok der geht nicht lang ja den vierten bruder haben wir anscheinend nicht mehr gefunden aber ja warum brauchen wir eigentlich gar nicht hä wait oh nein oh wir brauchen ein portal portal hin und her müssen wir machen bis wir dahin oh nein nein ich glaube das muss man so machen weil sonst haben wir jetzt eigentlich mehr oder weniger das meiste wir haben nicht alles aber das meiste und das reicht mir auch hier oben ist ein item wir müssen mal sehen was das macht drei oh gott hyperheiler hä 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 ich muss mich nicht mehr tragen gut oh mein einziger pfeiler hat hier niemand ne braucht sogar gar keiner warum ist das denn so dumm das kommt mal kp plus wer braucht denn die kp das mit taubers glaube ich ja machen wir mal ich habe keine ahnung was ich mache top leber und flucht sei alle klar mein freund das nachschauen wir haben schon oder weiter war ich hin und her und her es ist so ein scheiß glücksspiel oder was hier war ich doch grad ui war ich doch grad wow das hat es gebracht heißt das ist ja irgendwo noch ein Ort wo ich ein Türöffner benutzen muss das können wir auch sein schau mal nach irgendwo irgendwo habe ich ein um was verpasst lass mal sehen was bringt das nicht hin no hier waren wir noch nicht ok irgendwann hin Hilfe ich bin der Mitarbeiter der Silvco ja das der tut nur so ja der macht sich drüber lustig ach komm die sind wir witz gua die kann nicht Was was äh komm ist wunderkammer warum nicht Receiving РИig cotton weich ich weiß hab sich kaputt home you're home alone ok ich hab's mir schon gar ich hab schon geahnt das darf ich gleich nachgucken ob wir eine vergiftung haben also gegen gift haben ansonsten nehmen wir den überhine das passt schon okay einfach weg gehen die ecke weinen lass mich in ruhe das morgan wird ja auch nicht mehr helfen dass hier das weiß ich auch kaputt lecker junge teckel das macht nur einen schaden so enttäuschung bist du bist enttäuschung für das morgan familie junge die sterben ließ die einfach sterben niemand kann dich leiden und da ist er anstrengend aber 41 das hat sich gelohnt denn durch jede erfahrung werden wir stärker und stärker aber wusstest du dass ich zum team market gehöre was du sonst nicht angegriffen hättest du schlau ich habe zwei nagels warum verkaufe ich die nicht schlau mike schlau die können wir durch hier war ich noch nicht bitte ist das richtige weg oh mein gott ist ein portal das war diese frau dann ist es falsch glaube ich ist es nicht die erste etage die erste etage oder nicht ja shit das bringt mich nur hierhin aber warte da war was für die türöffner vielleicht ein teleporter warum gibt es solche teleporter die ihr dich einfach nur wieder zurückbringen warum es ist unnötig ist fach warum mach keinen sinn oder wald kann ich nicht den aufzug benutzen nee da bringt mich nicht zum boss ich dachte es vielleicht ich bin da auch zu mir zum boss aber nee nee mach da nicht so habe ich mich hier überall ich bin wieder hier es macht keinen sinn warum gibt es diese portale aber jetzt kriege ich mich auf scheiße leporter die einfach nie funktionieren wenn man sagt die sollen funktionieren nie bin ich wieder hier oder was oh gott oh hier waren wir noch nicht was hör endlich auf zu nerven nein als ob ich in dieser etage noch nicht war ich war doch überall noch nicht oh scheiße ich hoffe ihr schafft es diese folge zumindest zum boss zu kommen damit wir den zumindest in der nächsten folge schaden können ich möchte einfach nur noch hier raus ich bin nur aus der syfco raus es ist nervig niemand will dass wir hier sind alle schalten ab niemand klickt auf die videos keine views mehr keine likes mehr keine commis mehr keine subs mehr das kann doch nicht wahr sein ich glaube ich interpretiert um themen k traitor fahren aber am Berg finally ich bin ok wo waren wir denn noch wirklich nicht hier irgendwann scheint er gibt auch viel gut das ist doch zu offensichtlich oder ich oder ich bearbeite für die silv kopf was soll ich bloß machen keine man es ist richtig ich glaube ich nicht richtig aber hier könnte es richtig sein bingo was sind wir denn hier oh ok bingo was ein gegner und da ist ein portal äh teleporter meine ich liebvertrag nice kommen wir siegen wir den mal ein bisschen erfahrung kann nicht schaden ich arbeite für das team rocket die silv kopf zahlt uns so wenig also nicht rüber gestiegen weil die zu wenig bezahlt und team rocket mehr bezahlt weil sie hoffen dass sie mit erfolg haben elektroball alex rupal nervt doch nicht da leckt mich doch am erdbeen kommt auch mal erdbeen bitte get out der mutige ganze rennen dort kannst du final einsetzen weißt noch ein smog markt zum abfacken jo warum milch kann man machen schau dich das smog markt auch nur noch raus hier es war einfach nur noch dass der schmerz von die markt aufhört es wird frei sein und ich helfe es du hast mich erwischt bringt mich das weiter das bringt mich weiter die ich bin richtig denn die pokémon scheinen dich sehr zu mögen die ab jetzt bei dir du bist schlecht oh ja ich habe noch ein ich habe das ist ein hypertrank richtig einsetzen das wenn ich muss ich habe jetzt surf ich schlappen ist so viel stärker und ich habe es noch nicht gezeigt komm wach einfach auf soweit ich weiß es kann ja auch so ein pokémon was nur eine runde schlafen kann glaube ich und was sind für euch absatz 47 geworden geil 15 minuten ungefähr sehen wir auf alle klaro 16 ist gleich einmal rollo kommen das überschwemmen wir jetzt mal hier läuft es jetzt ich habe jetzt mit der ganze bildschirm so voll mit effekten und dann geht es wieder so nach roh und nach oben nach oben nach unten aber nicht warum dieser eissturm oder was auch immer das war also aus sind wir hier wo ich glaube sie wo wir sind beim boss oh mein gott heilung du siehst müde aus komm ruhe dich kurz aus gib nicht auf sind wir jetzt geheilt ja moin heilung und speichern was nein das wollte ich gar nicht wird speichern man okay was haben wir hier nichts okay vielleicht ein unsichbares item aber da scheiße ich jetzt drauf oh ich glaube hier sind wir wirklich richtig hier müssen wir richtig sein oh mein gott leute oh er will noch kämpfen ich will nicht mehr ich bin einer der vier oh der letzte Team Rocket Bruder damit haben wir doch alle Team Rocket Bruder gefunden und hoffentlich auch besiegt denn dieser hat nur drei pokémon okay die Team Rocket Bruder die sind mehr oder weniger stark aber die können trotzdem immer noch nichts richtig taubers zeig mal was du kannst taubers zeig dir mal dass ich recht liebe bitte warum bist du verwirrt Junge taubers muss echt level ups bekommen ich habe ihn auch extra äh ein sonderbomben gegeben da bist du ein wenig stärker wird ob es das gebracht habe wir werden es gleich sehen hoffentlich Junge hau ab hat nichts gebracht alle klar du alle klar dann hau ab dann geh ich sterbe okay ich geh mich selbst sterben äh 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 ich geh mich selbst umregen anscheinend nein geh einfach okay nicht mehr verwirrt nice gold war das daumen hatte noch zwei weitere okay in dieser Folge werden wir die nicht mehr schaffen den Boss auf jeden Fall in der nächsten Folge das kann ich euch versprechen nächstes Mal gewähren wir den Boss auf jeden Fall zu 100% besiegen außer ich bin scheiße dann vielleicht sterben verlieren wir da auch aber das glaube ich nicht okay hau hau und solange sind immer noch der speicherplatz ja ja so viel nehme ich auf ach Junge Hypno ach komm Totog hau raus haut einen Surfer raus und damit sind wir dann endlich mit den Rocketbrüdern da Fertig. Und kommt dann endlich zu Giovanni. Giovanni ist dann hoffentlich ein leichtes Kinderstuhl. Nice. Okay. Aber das muss ja eigentlich der richtige Weg sein, weil hier ist sogar eine Schwester Joy. Oh je, du bist besügt. Wait. Was? Was? Wie bitte? Hier aber jetzt. Nein? Aber das muss doch irgendwo sein. Wie vielleicht? Ich hoffe es. Das ist die Idee. Eine TM. Oh mein Gott, sind wir hier richtig? Bitte sag mir, sind die richtig. Bitte. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Was ist das? Was ist das? Bodycheck. Das ist dein Ernst? Hat nicht relaxer sogar Bodycheck. Wenn ja, dann schmeiß ich es weg, das Bodycheck. Bodyslam. Ist das jetzt so ein großer Unterschied, denke ich? Oh Mann, wo sind wir denn jetzt schon wieder? Ich halte das hier nicht mehr aus, Mann. Ich werde hier noch verrückt. Wahnsinnig. Hier waren wir. Hier waren wir. Oh mein Gott, hier waren wir. Leute, ich verzweifelte so krass gerade, Alter. Das gibt es doch nicht. Oh Gott, soll ich jetzt privat suchen gehen oder was? Aber hier war ich doch. Hier war ich doch gerade. Oder habe ich irgendwas übersehen? Kann gar nicht sein. Nix da. Nix da übersehen. Hier gibt es einfach nichts. Diese Etage ist ein kompletter Troll. Gut, äh, ich find's einfach, ich find's nicht. Warum find ich's nicht? Ich komm hier nicht durch, ne? Ihr wisst es. Ich komm hier nicht durch. Ich kann hier einfach sagen, jo. Also ich so möchte dich. Lass mich hier durch die Wand. Da ist irgendwo ein Teleporter, der mich dann da reinführt. Und da ist dann Giovanni. Glaube ich. Sollte es Giovanni sein. Oder vielleicht ist das irgendein Mitglied von Team Rocket, der sich, ja, wie rüber. Äh, scheiße, warum da jetzt? Oh, hier war ich doch gerade, Junge, Mike. Okay, Leute, ähm, ich mach jetzt nicht weiter auf die, auf die, 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 ja, genau. Ähm, ich würd sagen, ich suche jetzt einfach nochmal selber ein wenig nach, wo ich noch nicht war. Und sobald ich dann irgendwas gefunden habe, sag ich euch Bescheid. Ich würd sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn's dann heißt. Warum auch immer, ich sage, wenn's dann heißt, wie auch mal. Ähm, haut rein, like das Video, abonnieren, nicht vergessen und draufklicken, um Spaß zu haben. Haut rein, Leute, und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao.